Jo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu OZOV Mega S zum neuen Video. Ich bin mal wieder bei McDonalds in die Prenzlauer Promenade gefahren, denn ich habe wieder richtig Bock eine Neuheit auszuprobieren. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, über die McDonalds App sind neue Desserts endlich mal online gekommen, bekannt gemacht worden und die werden wir uns heute holen. Es gibt zwei neue richtig leckere Donuts bei McDonalds, die muss ich natürlich probieren und da werdet ihr hier bei diesem Food Review mitgenommen und deswegen wünsche ich euch bei diesem Food Review ganz viel Spaß. Jo Leute, ich war jetzt im McDonalds drin gewesen und ich habe mir natürlich erstmal die richtig geilen neuen Donuts geholt. Die befinden sich in dieser klassischen McCafe-Pappverpackung, also was soll ich euch sagen, wir mussten ja zum McCafe gehen und die gibt es natürlich halt auch nur dort. Also wenn ihr zu einem McDonalds fahrt und euch das Ganze mal holen wollt, dann müsst ihr auch zu einem McCafe fahren, also zu einem McDonalds, der einen McCafe mit dabei hat. So, wir gucken jetzt mal in beide Verpackungen rein, wie diese Donuts so aussehen. Die Waffel bzw. das Eis, das muss ich mir ein bisschen später holen, weil wir haben es leider noch nicht 11 Uhr. Das habe ich irgendwie so ein bisschen verplant, aber macht ja nichts. Das heißt, wir werden jetzt in Ruhe erstmal die Donuts uns zu Gemüte führen, gucken wie die so schmecken, wie die so aussehen und natürlich wie teuer die waren. Also wie ihr seht, haben wir hier diese beiden Verpackungen. Ich greife da einfach mal rein und werde die für euch hoffentlich gut positionieren. Als allererstes haben wir hier den sogenannten Love Donut. Der sieht aus wie so ein kleines Herz. Ich hoffe, ihr könnt ihn hier ganz gut auf dieser Seite... Das ist ganz schön verkuppelt aus dem Herz. Ganz gut erkennen. Den legen wir jetzt erstmal hier hin. Das ist der erste. Und dann haben wir natürlich noch den Popcorn Donut. Der ist auch neu. Der hat oben so gesalzenes Popcorn drauf. Ich hoffe, dass ihr den sehr gut erkennen könnt. Und die werden von mir jetzt natürlich auch official food reviewed. Und ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal die aufschneiden und gucken, ob die gefüllt sind. Und dann schauen wir mal, wie die so schmecken. So, wie ihr seht, haben wir ja hier diese richtig leckeren Donuts. Wir schneiden die jetzt erstmal auf, gucken mal rein. Also der soll mit ein bisschen Himbeersoße, wenn ich das richtig informiert bin, gefüllt sein. Der so ein bisschen karamellisiert. Seht ihr ja auch oben drauf. Und naja, was machen wir da? Einen klassischen Mittelschnitt. Einmal mit dem Döseherz. Ja, kann man gut erkennen. Wenn ihr jetzt richtig sehen könnt, ist hier an dieser Stelle diese Himbeersoße. Die finde ich schon sehr, 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 sehr gut. Weil gefüllte Donuts sind ja einfach so wie ein Pfannkuchen. Also in Berlin sagt man Pfannkuchen. Ihr wisst schon, Krapfen Berliner. Und das finde ich sehr, sehr nice. Und als nächstes schauen wir natürlich auch mal in diesen Popcorn-Donut rein. Aha. Da sieht man auch genau diese Karamellsoße oder die so halt schmecken soll. Die ist da auch reingespritzt in den Donut. Und da frage ich mich immer, wie schaffen die das in so einen runden Ring, so eine geilen Füllung in rein zu spritzen. Also das kriege ich nicht hin zu Hause. Ja, ich zeige ihn euch jetzt nochmal hier in der Nahaufnahme. Ich hoffe, dass man es hier ganz gut erkennen kann. Ich denke, ja, das ist ein ganz solides Produkt. Und dann müssen wir das Ganze natürlich auch noch probieren. Kurze Anmerkung noch dazu. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist hier oben rechts an dieser Stelle irgendwo das Video von der Mira eingeblendet, weil die hat nämlich zusätzlich noch das richtig geile Bananenbrot von McDonalds probiert. Falls ihr diesen Food Review sehen wollt, klickt doch da mal auf die Verlinkung, denn ich habe da von den Duru Grande so einen geilen Kaffee noch bekommen. Den kann ich nicht dazu trinken. So, und jetzt bleibt natürlich nur noch übrig, dass wir das official probieren. Und ja, würde ich mal sagen, guten Appetit. Schmeckt wirklich, ja, schmeckt wirklich richtig lecker süß. Also, wenn man sich das mal so überlegt, das ist ja so ein Donutteig und da ist jetzt, ich glaube, das ist eher Blaubeergere Geschmack anstatt Himbeere. Die Soße obendrauf ist so ein Zucker, also so ein Zucker mit Himbeergeschmack und dann sind da auch noch Kokosglocken drauf. Ich muss sagen, das schmeckt mir wirklich sehr, sehr lecker. Also, wenn man so ein richtig süßer Typ ist und gerne mal ein Dessert essen möchte, dann kann man sich diesen Donutteig auf jeden Fall mal holen. Da würde ich sagen, für den Geschmack, vier außer Gesichter glatt, vielleicht sogar fast 4,5. Aber, naja, es ist noch nicht so überragend, dass ich da wirklich 4,5 geben würde. Jetzt schnappen wir uns den Popcorn-Donut und beißen auch in den einmal rein. Und dann sage ich mal, guten Appetit. Haben sie wirklich gut verteilt, die Creme innen drin, ne? Das ist sehr gut. Also. Wie soll ich das sagen? Also, der Donut so an sich, der Donutteig, der schmeckt gleich wie der von dem Love Donut, also von dem Herztor, aber diese Karamellcreme, die schmeckt schon wirklich sehr, sehr lecker nach Karamell. Das muss ich sagen, ist wirklich sehr, sehr gut. Was mich aber an dem Donut stört, es ist ja ein Popcorn-Donut und da ist Popcorn oben drauf, wenn ihr es sehen könnt. Und dieses Popcorn ist massiv trocken. Es ist massiv trocken. Ich habe mich gerade eben schon verschluckt und musste das rausschneiden. Ich hoffe, ihr habt es nicht gesehen. Vielleicht lasse ich es als Outtake drin. Aber das habe ich einfach gerade in den Hals bekommen. Das ist nicht gut gewählt. Und da kann ich nur wirklich sagen, geschmacklich gesehen ist der Donut wirklich fein. So 3,5 bis 4 außer Gesicht. Da finde ich ganz lecker, muss ich sagen. Kann man ganz gut essen. Aber dieses Popcorn, es ist massiv trocken. Es ist wirklich... Also wenn die Dinger geliefert werden, da ist das Popcorn nicht frisch aufgepoppt und oben drauf, sondern das liegt wahrscheinlich einfach schon zwei Tage oder anderthalb Tage da drauf oder ist halt in so einer Fertigverpackung drin. Das finde ich nicht so geil. Die kommen mit Sicherheit tiefgefroren an und taugen langsam auf. Oder so herum. Genau, wenn es aufgetaut ist, dann kann es natürlich auch nochmal sein, dass das nicht so geil ist. Aber nichtsdestotrotz, geschmacklich gesehen sage ich jetzt mal 3,5 bis 4,5 außer Gesicht. So ein Durchschnitt für beide Produkte finde ich ganz okay. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, wenn man wirklich so auf ein süßes Dessert steht. Und jetzt kommen wir natürlich auch noch zum Preis. Denn beim Preis ist es natürlich so, die sind nicht ganz so teuer. Wenn ihr zum Bäcker geht, so bei euch um die Ecke, da kostet auch ein Stück Kuchen, sage ich mal 2 Euro oder 2,50 oder so. Die Donuts, die sind relativ günstig. Die Donuts kosten 1,89 Euro und 1,79 Euro. Finde ich ganz okay, so vom Preis her. Weil man muss es ja immer ins Verhältnis setzen, wenn ihr zum Bäcker nebenan geht oder sonst wohin. Da müsst ihr auch ein bisschen mehr bezahlen. Das ist eigentlich okay. Also kann ich jetzt wirklich nicht als überteuert oder schlecht empfinden. Würde ich auch sagen, für den Preis gute 4 Ossergesichter. Muss ich sagen, ist in Ordnung, ist okay. Und wenn man das dann mit einem Gutschein kombiniert, man kann ja noch von der McDonalds Gutschein App so eine Kombination wählen und dann kriegt man noch so einen Kaffee mit dazu. Dann ist der Kaffee halber Preis. Finde ich ist eigentlich ganz okay. Und wenn man das so sagt, so ja mal als Snack zwischendurch, also nicht zum Sattwerden, sondern halt mal so zum Snacken, geht das eigentlich voll klar. Ja, ansonsten bleibt mir jetzt nur zu sagen, also Gesamtbewertung für diese beiden Produkte, die neu beim Maccafé mit dabei sind, würde ich sagen, glatte 4 Ossergesichter. Bin ich eigentlich ganz gut zufrieden. Finde ich ist okay. Preis-Leistungstechnisch ist auch in Ordnung. Kann man sich ruhig mal gönnen. Wenn man eh so ein Kerl ist oder eine Dame, die eher auf Süßes steht, dann kann man sich das auf jeden Fall mal holen. Und da wird man auf jeden Fall auch gut belohnt, sage ich mal. Schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Und ja, was bleibt mir da am Ende dieses Videos nur noch zu sagen. Es ist natürlich so, ich kaufe mir das nicht jede Woche oder nicht jeden Tag, aber ich bin nicht so der Süßkramfresser. Aber ansonsten, so für heute und auch für diesen Food Review, muss ich sagen, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Abonniert ruhig den Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Food Reviews, keine Vlogs, keine Challenges und keine Meinungsvideos hier bei mir auf dem Kanal. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Orsock. Ciao. Ciao.